Mach Dich sichtbar Bündel Deine Aufmerksamkeit auf das, was Du in Deinem Herzen trägst und auf das, was nun von all dem gelebt und gezeigt werden will und auch soll. Gebe Dich zu erkennen. Mach Dich sichtbar. Schreite weiter voran. Wir brauchen uns jetzt mit aller Präsenz und in voller Kraft. Du hast dir後, man ein Investor. Die Sitzung auf der controlleden Welt. Die Sitzung auf unser Gesetzgeber Untertitelung des ZDF, 2020